Jesus ist mein Alles. Jesus bedeutet mir wirklich alles. Jesus hat mir meinen größten Reichtum geschenkt bereits, dass ich Vergebung erfahren habe. Dann habe ich wirklich die Entscheidung in dem Moment getroffen, okay Jesus, ich lege dir jetzt alles in deine Hände. Wahre Reichtum ist für mich die Beziehung zu Jesus. Wenn es mal schwieriger lief, durfte ich ihm vertrauen und wenn ich ihm vertraut habe, wurde ich nie enttäuscht. Jesus ist für mich mein Retter, der mir wirklich Leben geschenkt hat. Jesus ist der, der wirklich schau mir in meiner Leben. Ohne Jesus kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen. Die Europameisterschaft steht vor der Tür und wir von Fußball mit Visionen, wir haben uns gedacht, das ist eine super Möglichkeit, um in der Welt des Fußballs und durch den Fußball Menschen mit der guten Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Wir hatten die Idee, Videos von gläubigen Fußballprofis zur Verfügung zu stellen. Es wäre cool, Gemeinden dafür zu gewinnen, Privatpersonen, die Public Viewings organisieren und ihre Freunde einladen, und auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen und dann im Rahmen dieses Events davor oder in der Halbzeit ein Video zur Verfügung hätten von gläubigen Fußballprofis, um Menschen über den Fußball hinaus etwas sehr, sehr Kostbares mitzugeben. Sei mit dabei, wir freuen uns drauf. Was ich einfach jungen Spielern oder anderen Spielern generell im Fußballgeschäft mitgeben möchte, ist, dass kein Pokal, keine Medaille, kein Aufstieg kann wirklich das erfüllen, was Jesus erfüllt. Das möchte ich auch jedem mitgeben, diese Frage sich zu stellen, worin liegt deine Identität? Wir sind alle so geschaffen, dass wir diese Frage in uns tragen. Jeder sucht nach einer Erfüllung. Jeder sucht, wie er sein Herz erfüllen kann. Und da steht Jesus da und läd dich ein, zu ihm zu kommen. Ja, einfach mal sich den Mut zusammennehmen und sich mal hinzuknien und zu beten und zu fragen, ob es Gott wirklich gibt. Und das ist das, was ich getan habe und was mir das Leben gerettet hat.